Ruf 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 Ok wir flächen sie wieder alle weg nacheinander aber wir dürfen doch jeder Meier Töten Prozent nicht töten sterben wollte ich sagen um mein Gott ich fähre wieder viel zu viel das Lava Failing geht wieder weiter in Saints Row in anderen Games komisch heute hier nur Saints Row kann sein weil ich immer so fettes Grinsen auf der Barca wenn ich das Spiel weiß einfach schon komisch ist also wenn ich das sehe hier das die da wegfliegen oder ein Heli kriegen oder sowas das ist zu geil ich fliege die Treppe auch fast hoch zu es noch dazu und Prozent wir auf Zeit stimmt ja laufen wir mal hin oder hier Prozent eine Rolle nach oben ist doch geil oder dass sie wieder können Kuhnst der Kuhnst der Kuhnst der Kuhnst der Kuhnst der Kuhnst Kuhnst der Kuhnst der Euro nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut Uwe aber den habe ich auch gut erwischt hier Prozent weg hier habe ich die Aufregung und bleibt untersteht wenn ich es hatte davon nie hat es nicht erwischt so er ist schon mal tot und ein Flammenwerfer benutzt jetzt auf jeden Fall na kommt doch her Chicken Wings für alle oder verdorbene Fleisch von den Syndicates wer will was ne ich geb mir jeden was der will nicht brennen na geht doch jeder darf doch mal ich bin nicht so fies wie alle sagen nicht wirklich du auch noch gerne nein du sollst runterlaufen nicht hoch zu ja dein Pech ja geht doch ja wenn ich höre der will muss wohl fühlen anscheinend ja weiter geht's Prozent ja das sind ja noch mehr müssen ein bisschen so weit entfernt weh die Fackel mich jetzt dann mit an nicht so weit geh weg ist meiner nicht würdig ja ja Was ist das alles? Philippe liebt seine Dinge custom-made. Und für seine Brüten, ich bin der Master Pattern, duhst du? Warum hast du immer noch gefeiert, wenn sie schon kloniert dein Ding? Die Kopie sind falsch. Sie haben meine Brüten, aber nicht meine Brüten. Ich kann dir helfen. Der letzte Mal ein grossartiger Mann sagte, er konnte mir helfen, das hat nicht gut funktioniert. Was kann er denn tun? Die Wörter und schuldig werden ihn sicher. Glaubst du mir, ich bin trotzdem stark genug, um zu töten Philippe zu töten. Ich bin jetzt geboren. Ich bin jetzt geboren. Dieser Elevator wird uns in die Offizie bringen. Was hast du, bevor du ein glorifizierter Pincushion warst? Ich denke, es ist besser für unsere Freundschaft, dass ich nie elabriere mich. Weißt nur, dass der Wege von deinem Wege ist dein Freund. Wenn du das Syndicate schaffst, hast du nichts zu bemerken von mir. Du sitzt direkt mit den Saints, Oleg. Das ist ein Express Elevator in der Basis. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu holen. F*** das! Okay, das ist mal wieder richtig abgedreht hier. Warum wir da jetzt da dranhängen, weiß ich jetzt nicht ganz. Ich glaube, der wird sich da runterfallen lassen oder so. Und das ist sehr, sehr hoch. Eieieiei! Nein, ich will dich da... Geh weg! Du fetter Stück! Ich weg. das Gebäude die Luft oder Belohnung dauerhafter Respekt Bonus Okay, Entschärfung, die Bombe äh, wah, wir haben auf der Tür zu reden Dann äh, nein, jetzt hab ich's jetzt nicht lesen können Oh, ist das Bullshit Oh, meine Güte Das ist scheiße Zerstöre das Gebäude Dann krieg ich Respekt Entschärfe die Bombe Wisst ihr was Ich zerstöre das Gebäude Ich scheiß auch drauf, ehrlich Wer braucht dieses Gebäude schon? Wir sind die Saints Row, Mann Wir wollen hier Übster schocken So, das belgische Problem Das wäre jetzt auch mal erledigt Selbst wenn das als Dominanzziel wäre Wäre mir sowas noch scheißegal gewesen Weil Ich könnte es ja noch mal spielen Und Die andere Dings da Machen Auf jeden Fall haben wir Eine neue Waffe bekommen Oleg als Begleiter Und Ja Anscheinend Respekt Oder sowas glaube ich mal Noch dazu Wenn ich den Stilwater für den Senat Ich habe nie vergessen meine Hohmetown Routes Mein Mann hat seine Leben vor dem Stilwater von Gang Es ist mein größtes Privileg, ihn mit dieser Brücke zu honorieren. Wer sind diese Leute? Zeit für den Highspot-Boys! Oha! Feine Hände wieder alle! Oh Gott, das will ich! Zweiter Weltkrieg! Dritter Weltkrieg, nicht Zweiter Weltkrieg, Dritter, Entschuldigung! Wer ist diese Crew? Sie sind sehr gut! Sie sind die Kielbaine's thugs. Kiel who? Er ist die Syndicate-Setek-Dog. Was er hat mit Johnny's funeral gemacht? Das ist über den fucking Limit. Er ist nicht interessiert über die Regeln des Engagements. Keine Regeln? Ich kann das mit arbeiten. Du bist nicht bereit, um die Syndicate zu kämpfen? Wir sehen uns. Just relax, Sean D. All right, big man, was hast du? Es gibt andere, die die Syndicate so viel wie du. Ich werde dich an ihnen. Can you believe this? On my husband's bridge! No, 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 I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war. Mann, das war doch cool, wo der Typ wieder Schere gekommen ist. Also warum sollte man die Schere, ähm, die Brücke eröffnen, bis sie zu zweitestellt worden ist. Oh man. Wegen, wegen, picken up a girl named Kinsey Kensington. We're on a barge on the river. What's her deal? Oleg said she was with the FBI. Oh, I better have heard that wrong. Don't stress, she was kicked out. So we're getting a shitty Fed. Aw, don't start hating because we're getting a new girl. Are you serious? I'm not saying, I'm just saying. I'm not jealous. Who said je- Oh my God. Can we get back to the whole Fed thing? Oleg didn't give me all the details, but he made it sound like Kinsey was about to out the Syndicate, so the Decker set her up for a fall. Oh, I hope she's worth the hassle. Only one way to find out. You gotta get on that barge. Okay, er bricht sich zum Fracht dran, äh, Kran, ja. Und, äh, was machen die überhaupt da? Das heißt, ich hab jetzt nix im Dialog gelesen, was man jetzt denn räuchen könnte oder so. Aber, äh, das sind die Decker's. Und ich wifte da an. Und, und, nochmal fail. Ja, stirb dooooch. Wisst da was? Wisst da was? Genau. Ja, ich komm noch zu dir hoch. Äh, das funktioniert sogar. Cool. Man kann auf Container klettern. Leiche Essence Creed. Komm, noch so runterspringen. Na. Komm mal auf die andere Seite. Yeah. Und, oh, es ist ein Art Batman. Cool. Ja. Hm, komm. Sterb. Dor noch. Und du auch. Äh, haben wir noch Granaten? Nein. Aber ich glaub, die bringen's gar nicht. Die funktionieren nur bei Autos. Lebt der noch? Ah, da hinten ist noch einer. Eih, das bring ich jetzt da runter. Ah, aber gut, da ist da noch einer Stand. Dann halt so. Ah, da kommen wir mal mehr und mehr. Mehr. Oh. So, machen wir mal die kleine frei. Die käme ja schon aus dem Trailer. Ja. We don't look like Д equival Go. We heard that you know some people that hate the Syndicate as much as we...